Der Kampf wird übrigens durch das traditionelle Kommando Pugnate kämpft eröffnet von den Sommahoudis. Übrigens wir haben Schiedsrichter. Das ist kein Schlachten, das ist ein sehr reglementierter Sport. Pugnate! Wer nicht ganz schüchtern ist, kann sie ein bisschen anfeuern. Wir haben Lila gegen Gelb. Lila! Lila! Lila eröffnet durch große Erfahrung, durch einen Stich zum Bauch von Luzela. Pugnate! Pugnate greift an, öffnet aber in den Schild. Und Mepia sieht das und sticht ungebremst zum Bauch. Das ist das Schwerste übrigens aus Staden. Pugnate! Man sieht, Luzela hat sie wirklich noch einmal getroffen. Sie macht die Deckung zu. Sie greift an. Der Schild bleibt am Körper. Das hat einmal wehgetan. Lila, Maranda! Im alten Rom war es sogar üblich, Techniken reinzurufen, die man sich gewünscht hat. Und der Anschlusstreffer. Wir kämpfen bis drei Treffer. Das ist angenehm an die Gladiatur, weil einfach ein Mensch steckt nicht allzu viel mehr ein als drei Treffer. Wir würden auch bis Aufgabe kämpfen, wie es auch früher üblich war. Aber dann ist die Trefferanzeige für ein Publikum fast unmöglich zu sehen. Wenn Gewalt nicht hilft, hilft mehr Gewalt. Das hat uns Nevia gerade gezeigt. Das hat uns Nevia gerade gezeigt. Nevia, Victor! Ja!